Ich habe gehört, Sie suchen eine Strategieberaterin. Haben Sie Erfahrungen auf dem Gebiet? Katja Hoffmann, 11. Klasse. Sie hat die Schule gewechselt, all ihre Social-Media-Accounts gelöscht und wir haben nie wieder etwas von ihr gehört. Glauben Sie, dass wir das gegen ihn verwenden können? Einem französischen Politiker einen Seitensprung vorzuwerfen, das ist, als ob Sie einen Luxemburger für Steueroptimierung anpringen würden. Die würden noch nicht mal verstehen, wo das Problem ist. Immer das Gleiche. Immer tiefer und tiefer. Ja, aber ich meine, es könnte auch zu mehreren schön sein. Oder? Ich glaube, mir ist nicht so gut. Was? Was hat sie denn?